Für die IHK-Arbeitsgemeinschaft Hessen ist dieser Zustand untragbar. Während in der Gemeinde Lorsch für den Kubikmeter Frischwasser 91 Cent veranschlagt wird, kostet er in Hohenstein ganze 4,64 Euro. Ein eklatanter Unterschied. Diese große Preisspanne sowohl im Frischwasser als auch im Abwasserbereich ist gleich auf mehrere Gründe zurückzuführen. Das ist einmal natürlich Intransparenz, auf der anderen Seite sind es aber auch Themen wie die hydrogeologischen Gegebenheiten. Im Rheinischen Schiefergebirge ist es sicherlich schwieriger, Wasser zu fördern als im Ried. Und auch daher kommen sicherlich Unterschiede, aber in ganz besonderem Umfang ist es sicherlich auch der mangelnden Transparenz zu verdanken. Neben den großen Preisspannen sind auch starke Preisänderungen bei den einzelnen hessischen Kommunen zu beobachten. So ist beispielsweise der Frischwasserpreis in Wallenmünster zwischen 2005 und 2014 um rund 30 Prozent zurückgegangen. In Schwalmstadt hingegen stieg der Preis im gleichen Zeitraum um 160 Prozent. Leider ist eine Chance vergeben worden. Im vergangenen Jahr hätte die Politik die Möglichkeit gehabt, das Kartellrecht zu ändern und sowohl die Kommunen, die Preise verlangen und die, die Gebühren verlangen, gemeinsam alle komplett überwachen zu lassen, was ihre Preisbildung angeht. Diese Chance ist leider vertan worden. Umso wichtiger ist es nun, Transparenz herzustellen und eine regionale Diskussion anzuregen. Transparenz soll auch der sogenannte Abwassermonitor bringen. Auf der Homepage wasserpreise-hessen.de werden regionale Unterschiede von Preisen und Gebühren verglichen. Neben der nötigen Transparenz sei aber auch die Politik gefordert. Die Politik wäre gefordert zu überlegen, inwieweit man möglicherweise Benchmark-Systeme einführt. Das heißt also, dass die Kommunen ihre Kostensituationen offenlegen, miteinander vergleichen und darüber könnte man sicherlich auch noch günstigere Preise erzielen. Darüber hinaus könnten Ausschreibungsverfahren und Konzessionierungen den Unternehmen Impulse für mehr Preis- und Gebührendisziplin geben.